Der andere, heißt auch Grisaketa, besucht auch die sechste Klasse. Mein Name ist Grisaketa, ich besuche die sechste Klasse. Ich bin sehr zufrieden mit dem Bau von drei Schulklassen in meinem Dorf. Früher musste ich unbedingt 18 Kilometer pro Tag laufen, um in die Schule zu gehen. Aber heute bin ich einfach in meinem Dorf hier und ich habe kein Problem, ich lerne hier. Das ist ein Mädchen in der fünften Klasse. Mein Name ist Fatoumata Gerard. Ich begrüße und danke ganz herzlich unseren Freunden, den deutschen Freunden, für den Bau dieser drei Schulklassen in meinem Dorf. Vielen Dank. Vielen Dank.